Was ist Zahnfleisch überwachsen? Das Überwachsen des Zahnfleisches ist eine Vergrößerung des Zahnfleisches im Mund. Der Zustand wird in der Regel durch Medikamente wie Blutduchdruck oder Antiepileptika verursacht. Es kann auch eine genetische Ursache für die Erweiterung geben. Andere Risikofaktoren sind Zahnfleischerkrankungen und schlechte Hygiene. Eine Person mit Zahnfleischüberwucherung kann Probleme beim Kauen und Reinigen der Zähne haben, da Zahnfleisch zwischen den Zähnen wächst. Die häufigsten Ursachen für das Überwachsen des Zahnfleisches sind Calciumkanalblocker, die zur Behandlung von Blutduchdruck und Phenutein eingesetzt werden, sowie Medikamente gegen Krampfanfälle zur Behandlung von Epilepsie. Ein Immunsupräsent, Zyklosporin, kann auch eine Vergrößerung verursachen. In einigen Fällen können sich Patienten sowohl mit Calciumkanalblockern als auch mit Zyklosporin aufhalten, was das Risiko eines Überwuchses weiter erhöht. Normalerweise wird das Überwachsen etwa einen Monat nach Beginn der Einnahme des Arzneimittels bemerkt. Wenn das Zahnfleisch überwachsen ist, wird das Gewebe faseriger. Normalerweise ist das Zahnfleisch entzündet und rot. Der Bereich des am häufigsten betroffenen Zahnfleisches ist die Interdentalpapille oder das Gewebe zwischen den Zähnen, insbesondere die Papillen zwischen den Vorderzähnen. Zahnfleischüberwucherung kann schmerzhaft und entstellend sein. Normalerweise blutet das Zahnfleisch und kann dazu führen, dass sich die Zähne lösen. Es kann auch schwerwiegende Probleme beim Sprechen und Essen verursachen, da sich die Form des Bisses ändert und das Krauen erschwert. Die Erkrankung erhöht normalerweise auch das Risiko eines Patienten für orale Infektionen und Parodontitis. Wenn das Zahnfleisch über den Zahnrücken oder die Zahnkrone wächst, kann das tägliche Bürsten und Reinigen mit Zahnseide schwierig werden. Das Überwachsen kann zu hohen Räumen führen, da eine Patientin ihre Zähne nicht richtig putzen kann. Obwohl schlechte Hygiene und Parodontitis zu Überwucherung führen können, kann die Zahnfleischvergrößerung auch Zahnfleischerkrankungen verursachen. Eine Möglichkeit, Zahnprobleme, die durch das Überwachsen des Zahnfleisches verursacht werden, zu verringern, besteht darin, dass der Patient viermal im Jahr oder alle drei Monate einen Zahnarzt aufsucht, um die Zähne zu reinigen und Plag zu entfernen. Bei jeder zahnärztlichen Untersuchung sollte der Patient Anweisungen zur ordnungsgemäßen häuslichen Pflege erhalten. Einige Patienten stellen möglicherweise fest, dass das Spülen mit 0,12%iger Chlorhexidin-Lösung auch das Überwachsen verringert. Wenn der Zahnfleischüberwuchs durch Medikamente verursacht wird, müssen einige Patienten möglicherweise das Medikament abnehmen, um das Wachstum zu verringern. Das Absetzen von Medikamenten ist möglicherweise bei Patienten mit längerer Zahnfleischvergrößerung nicht wirksam. Einige Medikamente, wie Antibiotika oder Antimykotika, können das Überwachsen verringern. Eine Studie aus dem Jahr 2011 ergab, dass die Behandlung mit Vollsäure das durch Phenuton verursachte überwachsende Gengeber verringern kann.